Haha, ich bin Skeletor's Mann. Mein Name ist Klaufull, ich klaue sehr gern. Und ich habe die kräftigste Klaue in der Welt. Was wünschst du denn? Ich bin ein neuer Krustenmann. Was heißt neuer? Ich bin Klaufull, berühmter und mächtiger Krustenmann. Du hast keine Chance gegen mich. Ein Kräger, oh nein! Das ist die große bunte Toy Show. Willkommen bei Big Colorful Toy Show und bei einer weiteren Folge Nerd in Nature. Diesmal direkt im Wald gehört die Vögel schüttchen. Im Hintergrund schönen Wald. Heute bringe ich euch Klaufull, den Krustenmenschen. Falls ihr mögt, liked auf mein Video, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Ich mache relativ oft ein Video, so einmal die Woche ungefähr. Und dann seid ihr mal up to date. Die Geschichte. Klaufull war in der Filmation-Serie komplett anders dargestellt. Er war ein sehr intelligenter, eher einer der stärkeren Schurken von Skeletor und hat sogar auch mal geplant, Skeletor zu stürzen. Hat es aber, glaube ich, nicht gemacht. Und sah auch komplett anders aus. Mir persönlich hat er nicht so gut gefallen, wie die Actionfigur selber. Ich habe mich da eher an dem Mini-Comic orientiert als Kind, wo er quasi so der Gegenpart zu Fisto und Streider war, also neben Chizu. Und das hat auch gut gepasst, weil eben Fisto ja auch eine große Faust hatte und eben hier Klaufull eine sehr große Klaue gehabt hat. Und irgendwie hat das gut gepasst. Und da wollte er ihn, glaube ich, sogar Streidorg oder so wegnehmen. Ansonsten war er eher so der typische Bösewicht, Kleinbösewicht, Skeletors, Untertan. Gibt es sonst nicht so viel zu erzählen, denke ich mal. Ja, er hat zu den Krustenmenschen gehört. Da gab es ja auch einen speziellen Namen, den ich jetzt vergessen habe. So viel zur Geschichte. Ich sage mal, wenn wir schon im Wald sind, dann schauen wir uns doch mal kurz ein bisschen um. Ich sage mal, früher haben wir doch oft mit den Mastersfiguren auch im Garten oder in der Natur gespielt. Und ich meine, wer, so wie ich jetzt hier, so in der Nähe auch mal in den Wald gehabt hat, hat die Mastersfiguren auch mal mit in den Wald genommen. Ja, hat da gern gespielt oder in der Kiesgrube. Alles Mögliche. So hat das früher Spaß gemacht, weil das einfach ein realistisches Setting war und das war für uns Kinder natürlich gleich auch ganz was Tolles. So, hier wartet Klawful schon auf die Wilderbären, die leider noch nicht gewachsen sind. Ja, muss ja leider noch ein bisschen länger warten. Die Figur, mein Schatz. So, jetzt sind wir unter den Buchen gelandet. Hier wächst viel Moos. Klawful hatte sehr, ein paar versteckte Details, wie zum Beispiel hier diese Notten, die so hier übergegangen sind. Auch im Gesicht hatte er diese Notten. Hier hat er diese markanten Augenbrauen. Ansonsten hier diese typischen Master of the Universe Beine und Arme. Dann die Klauen waren sehr schön modelliert. Ja, und er hatte eben, ja, da gab es dann, er hatte eben seine eigenen Füße auch. Beziehungsweise die hat er sich mit Weitbläsch geteilt. Ich weiß nicht, wer als erster da war. Und hier auch eben diese Klauen. Da ging er kaputt. So, jetzt sind wir raus aus dem Wald. Heute sind wir auch ein bisschen früher dran. Deswegen gibt es noch keinen Sonnenuntergang. Natürlich hat er auch Klawful seine Probleme. Natürlich die Beingummis, wie bei den meisten. Und ja, die Waffe finde ich auch ein bisschen problematisch, weil er konnte sie eigentlich nicht so richtig nehmen. Action Features hat er einige. Also er hat natürlich den typischen Power Punch. Sieht man das hier überhaupt? So, jetzt besser. So, schauen wir mal. Also er hat ja hier die große Klaue, die konnte man hier so zwicken lassen. Dann hat er natürlich den flüchten Power Punch. Der war natürlich mächtig, weil die Klaue so schwer war. Und ja, mit der konnte jetzt nicht zwicken, die war fest. Aber ja, könnte man auch als Action Feature bezeichnen. Ja, damals war es ja so. Klawful hatte ich auch als Kind. Natürlich ist nicht der mein Kindheits-Klawful, weil der sieht noch viel zu gut aus. Natürlich ist er nicht mint, sonst würde ich ihn hier auch nicht mit rausnehmen. Aber er schaut schon ganz gut aus, sage ich mal. Ich konnte mit Klawful immer super spielen, wegen dem, ja, er hatte ja auch zwei Action Features, muss man sagen. Er hat diesen Power Punch und diese Klaue. Also perfekt. Man kannte die Gegner damit zwicken, packen, umwerfen. Perfekte Actionfigur für mich als Kind. Ja, und das wollen Kinder. Actionfiguren, die was können. Die Action Features haben, liebes Mattel. Ja, nicht nur die man zusammenstecken kann. Kleiner Seitenhieb an die Origins Live. Naja, wir nehmen, was kommt. Wir sind ja auch keine Kinder mehr. Ich habe auch noch meinen Kindheitsklawful. Der sieht hier ein bisschen anders aus. Nämlich so. Hier so ein bisschen bemalt. Der hat schon ein paar Kämpfe hinter sich. Und ich glaube, den habe ich aber tatsächlich so gekauft, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war tatsächlich eine der letzten Vintage Master of the Universe Figuren, wenn nicht sogar die letzte, die ich gekauft habe. Und zwar auf einem Flohmarkt. Ja, und ich war damals tatsächlich oft mal auf der Suche noch nach Master of the Universe Figuren. Aber bei uns in Bayern gab es nicht so viel. Zumindest bei mir auf dem Land. Und deswegen, ja, habe ich dann nicht so viele gefunden. Dafür habe ich sie später selber verkauft. Ja, ein Teil, ein Großteil meiner Burg und ein paar Sachen, wo ich mir jetzt echt leid tue. Habe ich mir natürlich alles zurückgekauft. Also, von anderen Sammlern oder so. Genau, also hier ist mein Kindheitsklawful. Und da fällt natürlich ökker auf. Er hat diese Standard Skeletor Füße. Ja, das war nämlich die Variante von ihm. Hier ist übrigens auch schon die Hose gebrochen. Das ist auch so ein Schwachpunkt eigentlich aller Standard Masters of the Universe Figuren. Ja, aber dafür klappt hier das hier noch und auch der Powerpunch ist noch aktiv. Zubehör ist alles verloren. Ja, was an meiner Figur her seltsam ist, ist, er hat eine, ja, wahrscheinlich von Chih Tzu den Arm. Da normalerweise die Klawful ja immer mit dem dem Arm hier kommt, ja, aber er passt, also perfekt würde ich sagen, von der Farbe und ich habe es auch mit meinem Chih Tzu verglichen, der ist viel käsiger. Also, wenn ihr wisst, welche Chih Tzu Version da so einen braunen Arm hat, ja, also ich weiß auch nicht, es wird sicher keine Variante von Chih Tzu geben, ich habe schon ein paar gefragt, ein paar andere Sammler, die kennen das nicht, es wird vermutlich keine Variante geben mit so einem normalen Arm, ja, aber wäre es, könnte ja sein, naja. Hier sieht man auch noch ein Problem, das ich vorher noch vergessen habe, ja, die Bemalung am Gesicht reibt sich oft runter, vor allem das Weiß, ja, und die Augenbrauen, ja, da sieht man so gut den Unterschied, ja, ich habe halt auch wirklich gespielt mit meinen Figuren, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich noch ein paar habe, ja, die meisten habe ich ja nicht mehr, und hier steht übrigens auch Martell Incorporation 1900, hoppla, 1981, Made in France, falls es jemand interessiert. Bei dem anderen müsste ich die Rüstung mal abmachen, dann sehen wir es auch, was für Land, hoffentlich geht es nicht kaputt, ja, das ist auch so ein Problem bei diesen harten Rüstungen, die ich allerdings sehr gemochte, die Rüstungen, da steht nur Martell Incorporation 1981 und kein Herstellerland. Also, weiß ich jetzt nicht, Malaysia, aber vermutlich, oder Taiwan, ja, ich weiß es nicht, ihr wisst es bestimmt. der ist auch nicht ganz perfekt, der hat hier so ein paar Spurchen, aber ihr seht die Bemalung, alles noch sehr gut. Ja, hier nochmal im Detail die Waffe, die kam ja schon im Weapons Rack, Castle Grayskull, und beim Moosman war die dabei, aber bei beiden eben ohne diesen Handle und eben auch im Braun oder in so einer Art Weißgrau. Ja, tatsächlich habe ich immer oft mit dem Clothful gespielt und trotzdem, schaut ihn an, er ist noch da, er ist nicht auseinandergebrochen. Gut, die Füße, muss ich zugeben, die sind ab, natürlich, die Beingummis sind gerissen, die habe ich repariert. Ja, da wollte ich ja schon mal so ein Video, habe ich ja öffentlich gemacht und das war dann irgendwie ein bisschen Bild, weil ja, ich habe irgendwie die Hauptsachen nicht gezeigt, ja, ich werde es mal mal anders versuchen und dann nochmal alles im Detail zeigen, ja. So, ja, so viel zu meiner Kindheit, war auf jeden Fall einer meiner Favoriten und ich mochte ihn sehr gerne und ich mag ihn auch immer noch sehr gerne, obwohl er ja eigentlich, naja, jetzt nicht so der mega Hauptcharakter ist, also nicht so wie Trepshaw oder so oder Man-at-Arms und, ähm, genau. So, das war es jetzt mit meinem Nerdy Nature Review vom Clawful. Es hat mir viel Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Heute haben wir es nicht ganz geschafft, den Sonnenuntergang zu sehen, ja, manchmal so, manchmal so, wie es einem Gott gefällt. Ich wünsche euch alles Gute, ich hoffe, ihr seid gesund, viel Spaß noch beim Sammeln und tschüss. Jetzt gibt es noch einen kleinen hier, schwenkt in die Natur. Ja, tschüss. So, jetzt habe ich doch tatsächlich noch was vergessen. Was haltet ihr eigentlich von Clawful als Charakter und als Figur? Habt ihr ihn gemacht? Habt ihr ihn nicht gemacht? Warum habt ihr ihn nicht gemacht? Oder vielleicht warum war genau Clawful euer Lieblingscharakter? Einfach mal in den Kommentar schreiben und wie gefallen euch eigentlich meine Nerdy Nature Reviews? Was würdet ihr sonst gern von mir sehen? Ja, schreibt mir doch einfach irgendwas in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Tschüss! Seht ihr, schon geht man in den Wald, findet man, wo jemand ein Lager gebaut hat. Das war doch was früher. Früher hatten wir immer Lager gebaut im Wald und da hatten wir dann immer gespielt. Und hier waren wohl auch Kinder am Berg. So sieht es zumindest aus. Bei Clawful bauen sich sowas nicht. Na, Clawful, da würdest du doch auch gerne gleich spielen. Äh, ja, 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 ich würde da gerne spielen. Nein, das geht leider nicht. Du kommst wieder zurück in die Vitrine. Nochmal Tschüss. nicht. Also, da das geht Du